Der Blaue Rächer Der Moment wird kommen, wenn deine Kräfte gebraucht werden Aber nicht du willst den Moment aus Der Moment wählt dich aus Ich hab voll die Gänsehaut gekriegt Warte mal, hast du das von Oprah geklaut? Ich bin da! Papa hat einen brandneuen Schnurrbart Als ich weg war, habe ich die Quelle zur ultimativer Macht entdeckt Das klingt mega Das war seit Jahren auf meinem Wunschzettel Ich hoffe, ich komm nicht zu spät Sorry, wer bist du nochmal? Mein Name ist Tails Okay, wir machen es wie folgt Schritt 1 für Ärgersorgen Schritt 2, ich hab keine Ahnung Was kann denn? Woooau War gar nicht mal so schlecht Die Vorhersage für heute Die Abenteuerwahrscheinlichkeit liegt bei 100% Sonic! Zurück an den Absender Sieh es ein. Du wirst niemals meine Kräfte besitzen. Sehe ich aus, als bräuchte ich deine Kräfte? Wo? Sind meine Manieren? Somek? Darf ich vorstellen? Knuckles. Knuckles.